Ich habe mit dieser Waffe schon so lange nicht mehr gespielt, ich habe keine Ahnung, ob das was wird, ich rede viel zu schnell und da ist ein... Huch! Huch! Okay, also ist eigentlich nicht schwer damit Kills machen, muss einfach... Oh, warte, ich brauche mit eher Kills, glaube ich. So, ja, da kriegt man 5 Punkte, das wird ja ein ganz langes Video heute. Ja, ich habe euch jetzt gar nicht erklärt, was ich heute vorhabe, denn ich habe selbst keinen Plan, was ich vorhabe. Ich habe keine Ahnung, ich spiele hier Double Cross Scout mit meinem Fake Account, beziehungsweise meinem 2. Account, wo ich ganz in Ruhe spielen kann. Und werde ein paar Kills probieren und ich habe einfach verfehlt. Und schon wieder... Moment, ich brauche mit eher Kills. Da waren mit Ekel. Ja, komm, mach dein... Mach dein Jump, oder auch nicht, und ich brauche Leben. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mein Handy hat geklingelt und mir, oder... Ich habe eine Nachricht bekommen, mir wurscht. Wo ist der Spion? Wo ist der Spion, wo ist der Spion? Ich höre ihn doch. Der kann nicht so weit weg sein. So, äh, Sniper wird jetzt gleich runterfallen, hoffentlich. Ja, der ist runtergefallen. Okay, und irgendwo da hinten ist in der Moment, den ich nicht treffen kann. Schade. Und Leute reden. Ich kriege Assists. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich spiele momentan ziemlich scheiße. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt total verkacke. Aber es geht eigentlich gerade noch. Also... Ich möchte nicht angeben, aber gerade bin ich gar nicht so schlecht. Tschüss. So. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Auf CTF. Double Cross. Eigentlich wollte ich ja auf Two Fort spielen, aber das hat dann nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich versuche die Leute die ganze Zeit runterzuschubsen, aber... ...klappt leider nicht. Huch! Nein, ich mag nicht sterben. Huch! Huch! Wen hab ich denn jetzt getötet? Ach so, den Scout. Na ja. Das war der Boom Headshot. Boom! Headshot. So, äh... Kann man da auch aufleinen. Und ich bin tot! Und ich hab Assists noch bekommen. Wir haben schon 40 Punkte. Oh, ich hab das noch bekommen. Wir haben schon 40 Punkte. Oh nein! Oh nein! Vielleicht haben sie ja eine Sentry. Vielleicht haben sie keine Sentry. Ich brauche mit R-Kill. Holy Shit! Oh, wie dämlich bin ich denn eigentlich? 93 AP! Ja, da ist ein Engineer, da kann ich leider nichts machen, ne? Ich brauche mit R-Kills. Oh mein Gott! Was war das denn? Emo! Emo! Äh... Ach Mist, da hätte ich so einen Mit-Air-Kill machen können. Oh Gott! Okay, okay, okay. Jetzt aber! Da war der Mit-Air-Kill! Anders kann ich's nicht! Nein! Jetzt bin ich in Mit! Nein! 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 Wieso? Ich bin jetzt auf CTF 2 Fort auf der größten, äh... Krippel-Map, die man sich vorstellen kann. vor allem für diesen bis zu. Ich muss nur Captain, also... Ich komme raus und es ist allerst, was passiert. M-Kritt! Schön, schön. Schön, schön, schön. Oh! Oh, das war schön. Das war schön. Jetzt könnte man den töten. Gut gemacht, Medic. Was war das denn? Ich war auch mit, Er-Kill! Oh! Das ist ein Sentry unten! Das ist ein Sentry unten! Das ist ein Sentry unten! E-Kill! Holy Shit! It-Kill! T-Te-Bow! 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 Er hat mich geübert! T-Te-Kill! Für diesen Kill! Oh! Wie soll ich da etwas capturen? Thanks for the uber. Der größte Scheiß-Trick, den ich je gesehen hab. Da war der mit der Kill. Yay. Der fehlen noch 20. Ich hätte den Town killen können, aber ich trau mich da so nicht ganz. Du bist viel zu klein für den Ball. Egal, probier mir das aus. Komm raus, Leipa, komm raus, komm raus. Komm raus. Oder nicht. Oh mein Gott, die ganzen Leute, die da unten laufen. Komm in. Nein. Oh, ich war viel zu langsam. Fuck. Hui. Hui. Oh mein Gott. Also wenn der Lucky Crit nicht da gewesen wäre, wäre ich gestorben. Und ich bin sowieso gestorben. Ey, was ist denn das für eine Kacke? Also ich spiele heute richtig scheiße. Mit neun Punkten. Äh, neun. Ja, neun Punkten. Sechs Kills und zwei Tode. Äh. Das ist der Fluch von Tuford. Wenn du ne Mission machst, sagt das Spiel no. Ich könnte doch ganz einfach jetzt, äh, Payload irgendwas spielen, aber ich möchte es schon schwer haben. Ich möchte jetzt schon das Intel Caption. Das ist jetzt schon so ne Mindestaufgabe, die ich mir jetzt erstelle. So, da unten ist wieder so ein Dreck-Scout. Oh mein Gott. Dankeschön. So, Ball. Danke für den Ball und... Fuck, der Ball ist verschwunden. Auf, 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 auf. Wenn der Medic stirbt, bin ich schuld. Ey, wie oft ist, kommt das eigentlich? Das ist ja schlimm. So, noch 22 Punkte, äh, noch 12 Punkte. Yay. Schaffe ich das heute noch? Mit meiner Bratwanne und mit meiner Bonk-Dose. Wie abgehauen ist. Versuch ein paar Mid-Air-Kills zu machen. Dankeschön. Ich hab dafür jetzt keinen Punkt bekommen. Definitiv, ein Spips. Oh, ich bin heute so richtig schlecht. Oh, jetzt bin ich in red. Okay, jetzt probier mich mal wieder zu Caption. Good luck and have fun. Das ist ja so ein Dreck. Ey. Schöne Sentry. Fick dich, Handy. Fick dich, Fick dich, Fick dich. Wie oft willst du noch? Ich hör dir Sentrys. Da sind drei Sentrys unten, glaub ich. Ich suche immer die falschen Server aus. Jetzt kommt gleich ein Engie raus. Ich weiß es. Da war der Mit-Air-Kill. Und ich hab die Mission erledigt. Nur noch den Bonus. Oh mein Gott, da sind drei Sentrys drin. Da sind einfach drei Sentrys drin. Und das soll man erobern können. Das ist nämlich uneroberbar. Uneroberbar. Na gut, deutsch, aber hilft mir trotzdem nicht. Ja, supi. Also, äh, das ist gleich eh hier zu Ende. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich kann jetzt wieder da reinlaufen. Macht Spaß. Mann! Ohohoho. Ja? Sentry up there. Und ich kann nichts machen. Da will ich nicht reinlaufen sollte. Du bist so tot. Ja, da, 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 da. Nein, nein, nicht springen. Nein. 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 Oh, wie ohne dich. Ich hab mich denn gesprungen. Und jetzt schaffen sie das... Das ist ein Witz. Wenn sie es jetzt schaffen, einen Inter zu bekommen, dann rast ich aus. Oh, da ist auch keiner mehr unten, oder? Nein, das ist ein Witz. Das ganze Spiel heute ist ein Witz. Da hat einfach mal einen Headshot gemacht. Und man scheißen, ich schmeiß es gegen die Wand, weil das die ganze Zeit komische Pfeifgeräusche macht. Weil die Leute die ganze Zeit was bei Facebook posten. Und das ist ja der Wahnsinn. 30 neue Nachrichten. 30 neue Nachrichten. In einer Aufnahme. Au. Au. Ich bin... Au. Ich bin grad gar nicht am PC. Tut mir leid. Au. Wie gesagt, das ist das schlechteste Gameplay, was ich je aufgenommen habe. Mir fehlen immer noch 30 CP-Punkte. Ich brauch immer noch drei Captures. Ich bin Erster. Sie verpennlich Erster. Ich hab ne Errungenschaft dafür bekommen. Kraftwerk-Attacke. 7 HP. Ui, ein MXD-er ist hier. Ein MXD E-Galation. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und was, was, was krieg ich jetzt dafür? Ich hab die Mission erledigt. Ich hab die Mission erledigt. Ich hab's geschafft. Die ganze Arbeit für'n Skin. Für diesen Skin. Ich hab's geschafft. 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 Ich hab's geschafft.